Aus der Historie heraus wird ThyssenKrupp ja immer als der deutsche Stahlkonzern dargestellt. Tatsächlich ist ThyssenKrupp aber auch schon heute nicht nur der Stahl und auch nicht mehr nur das deutsche Unternehmen. ThyssenKrupp ist ein Global Player mit ca. 180.000 Mitarbeitern weltweit und einem Gesamtumsatz von gut 49 Milliarden Euro. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit der Dekom hervorragend, sehr freundlich und man ist immer ansprechbar. Die Gründe für die Anschaffung eines Telepräsenzsystems sind verschiedene. Zum einen natürlich die finanzielle Seite, wir sparen Kosten bei den Reisekosten. Und ganz besonders wichtig ist eigentlich, dass wir die Telepräsenz als Führungsmittel sehen, um von Deutschland aus auch die Werke in den USA und in Brasilien führen zu können. Mittel- und auch längerfristig sehe ich den Einsatzbereich des Telepräsenzsystems, allerdings auch im Einkauf und im Verkauf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Verträge bis zur Unterschriftstreife per Videokonferenz verhandelt werden und man sich dann nur noch trifft, um wirklich die Unterschriften unter die Verträge zu setzen. Wir gehen davon aus, dass sich die komplette Technik, die auch neue Technik für die USA und Brasilien umfasst, nach circa drei Jahren bei ungefähr 74 eingesparten Dienstreisen pro Jahr amortisiert haben wird. Nicht in Zahlen zu fassen ist natürlich die Einsparung, die wir erreichen durch zeitnahe Entscheidungen. Ein Telepräsenzsystem zeichnet sich darin aus, dass es die Konferenzteilnehmer lebensgroß in sehr hoher Bild- und Audioqualität überträgt. Und dass sich die Konferenzteilnehmer fühlen, als wären sie in einem Raum. Das heißt, es werden alle Bestandteile eines Videokonferenzsystems und eines Videokonferenzraums optimiert. Die Kameras in einem Telepräsenzsystem sind fix eingerichtet, um den Konferenzteilnehmer das Gefühl zu geben, dass er an einem Tisch sitzt. Im Tisch sind Anschlussfelder integriert, über die es die Möglichkeit gibt, VGA, DVI und Tonsignale in das System einzuspeisen. Diese Bilder werden auf den Monitoren, die in den Tischen integriert sind, angezeigt und zur Gegenstelle übertragen. Eine gute Sprachverständlichkeit wird durch eine gute Raumakustik hergestellt, durch schallabsorbierende Decken, Wandpaneele, die den Nachhall absorbieren. Natürlich ist die Anordnung der Mikrofone sehr wichtig. Sie befinden sich unmittelbar in der Nähe der Konferenzteilnehmer. Die Lautsprecher in direkter Nähe zu den Monitoren, sodass der Bezug zu den Konferenzteilnehmern hergestellt ist. Eine optimale Sichtbarkeit der Konferenzteilnehmer wird gewährleistet durch fixe Kameraeinstellung, durch eine fixe Sitzposition der Konferenzteilnehmer, durch die optimale Einstellung der direkten und indirekten Beleuchtung im Telepräsenzraum und durch die homogene Hinterleuchtung der blauen Wandpaneele. Außerhalb der Blickwinkel der Kameras sind die Wände mit hochwertigen, walnussfonierten Wandpanelen verkleidet. Innerhalb dieser Wandpaneele sind Akustikabsorber integriert. Der Unterschied zwischen Telepräsenz und Videokonferenz ist, dass in einer Telepräsenz die Konferenzteilnehmer das Gefühl haben, sich mit der Gegenstelle in einem Raum zu befinden. Dies ist natürlich nur möglich, wenn die Konferenzteilnehmer in optimaler Qualität übertragen werden. Wir haben eine Sicht über die Konferenzteilnehmer in einem Raum zu befinden. Wir haben eine Sicht über die Konferenzteilnehmer, die Konferenz hơn in einem Raum zu befinden. ثر